Heute die Fairy Box. Ziemlich schwer heute. Die kommt immer in diesem Format und hat dann immer noch einen Zettel mit den Preisen dran. Und die Box sieht immer genauso aus. Sie hat immer die zwei Vögel drauf. Und innen drinnen sind die Packung Peanuts. Oh, guck mal was da alles drin ist. Wow! Und keine Peanuts drin. Okay, das erste. Body Lotion von Liebe die Natur. Wow, das ist Pure Green Cosmetics. Natürliche Body Lotion mit Bio Aprikosenöl und Bio Holunder. Da muss ich doch gleich immer meine Nase drin. Oh, ganz, ja, riecht nach Aprikose. Oh, das habe ich jetzt auch noch nicht. Auf und zu mal was mit 40 oder so. Aber das ist ja auch echt gut. Dann haben wir hier Zahnpasta B12. Was? Wie heißt die? Von Zahnheld. Okay, stärkende Zahnpasta mit Vitamin B12 und unserem natürlichen Wirkstoffkomplex aus Kurkuma, Bio Kokosöl. Kokosöl ist sehr gut, zum Bleichen. Er weißer macht die Zähne. Kiesel, was hat das was? Karnaubermax, Kieselsäure und Silet. Silet ist sehr, sehr gut. Aber nicht im Mund irgendwie sowas hinmachen. Silet ist wirklich vom Mund. Okay, ich mach mal ein Bchen dann. Obwohl das stimmt. Ja, die mach ich aber jetzt auch. Wie? Ah, Pink. Die benutze ich auf jeden Fall. Gut, dann kann ich das schon schön. Das ist das Ziel. Okay, zwei Dinge. Dann, oh, wir haben eine Schokolade. Salty Petzl. Oh. Ist das mit? Ist das Organic oder Bio bei uns? No Plastic. Und, ups. Ist das Vollmilch? Es saugt gar nicht mit mehr Salz. Na ja, probieren tue ich es auf jeden Fall. Kostet wahrscheinlich so 1,99 Euro. So. Okay, dann haben wir noch mal was von Fair Squared. Pfff. Habe ich noch keiner Box bekommen. Habe ich noch keiner Box bekommen. Seht ihr das? Ich lasse alles fallen. Oh ja, okay. Das ist eine Festpflegedusche. Babypfirschen und Grapefruit-Schalen. Guck mal, ist das verpackt in sie drin? Ne, das ist, also so sieht sie aus. Oh, die auch. Die riecht nach Fersche. Mhhh. Sehr schön. Okay. Dann haben wir noch was dann. Okay. Ah, das kenne ich, ja. Uh, das ist ein Serum. Diese Mark hat viele, äh, wie die Seife, also so feste Sachen. Und auch, guck, das, ja. Das ist ein Serum. Obwohl sieht aus wie eine Seife. Aber wenn du das an, äh, ins Gesicht machst, dann tut sich das, ähm, ja, auferwärmend und wird dann zu hart flüssig, ne? Also, das wüsste ich jetzt nicht, dass ein Serum, dass man mit dem Serum, äh, dass das klappt mit diesem. Okay. Weil ich habe eine Tagescreme und eine Nachtcreme von Ballade. Okay. Ich glaube, das war's, oder? Was liegt denn da drunter noch? Ist das richtig? Celebrate your love. Oho. Das ist wahrscheinlich von diesem Kondomen. Okay. Das kommt gleich mal weg. Okay. Mal schauen, was ist alles groß. Komm her. Also, dein Goodie war also das, ja, 2,25 für die Schokolade. Okay. Das steht, ah, doch ist es Milchschokolade. Dann ist ich das so. Okay. 2,25. Dann die Ballade, feste, feste Augenkontur Balsam. Hä? Da heißt es doch Serum. Haben die das verwechselt irgendwie was? Wie heißt diese Blume? Immortelle? Kenne ich gar nicht. Immortelle? Hm. Das heißt Serum und hier heißt es Augenkonturbalsam. Balsam. Das stimmt, aber Serum und Balsam habe ich, sind doch was anderes, oder? Ah, und das kostet wirklich, wirklich jetzt, für so wenig, 18 Gramm, 25 Euro. So viel kostet die Box. Okay. Dann die Zahnpaste. 6,95. Ich meine, das ist eine gute Größe. Dann haben wir auch die Cremedusche. Diese hier, 80 Gramm. 3,25. Liebe die Natur. Body Lodge. 5,89. Also fast 6 Euro. So. Und die Kondome. Und die Kondome. Okay. Das Stück 3,99. Ich mache das nicht auf. Das schenke ich. Ich weiß noch nicht an wen. Ich kann euch sagen, was alles wert ist. Komisch, das ist nicht mal 50 Euro wert heute. Das heißt 47,33. Okay. Meistens ist es über 50 Euro. Aber guck mal, ich meine, ich habe schon einiges bekommen. Einmal was. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und sechs. Okay. Hallo. Hallo. Okay. Das war's für die Fairy Box. Dann habe ich alle meine Videos gemacht für heute. Also. Tschüss.